einen schönen guten tag moin moin und herzlich willkommen zu dieser sendung ray at 60 mein name ist john gudje und es freut mich sehr meinen guten freund meinen ersatzpapper hier in deutschland sogar begrüßen zu dürfen er heißt ray brown ray sydney brown genauer gesagt und es ist in diesem jahr 60 jahre alt geworden mit ray habe ich so hervorragende gespräche geführt bei ihm zu hause und ich dachte es wäre so sinnvoll interessant und passend in diesem jahr in diesem sechzigsten jahr von ihm diese gespräche hier ins studio zu holen und für sie liebe zuschauer präsentieren wir haben über die kindheit wir haben über seine schulische ausbildung und wir haben ebenfalls auch über seine viele berufe gesprochen und heute geht es um das thema angekommen ray ist hier angekommen in dieser sendung ray danke noch einmal für die einladung für unsere letzte und dritte sendung ray at 60 ebenfalls herzlichen dank gerne geschehen also in den letzten sendungen haben wir viel über das was du geleistet hast in den jahren also sei es die schulische ausbildung hier in deutschland physiotherapie osteopathie pflegen und du hast natürlich wissen abgesaugt aufgesaugt und nun bist du lehrer ist das richtig und was unterrichtest du also ich unterrichte osteopathie an einer osteopathie schule und gebe mein wissen gern weiter und wir hatten ja viele jahre das problem als physiotherapeuten als osteopathen dass wir weit fahren mussten um zur fortbildung zu kommen muss also so und so viel fortbildungspunkte alle drei jahre nachweisen und das ist manchmal nicht ganz so einfach oder auch nicht so billig mit übernachtung und dann habe ich gedacht ich könnte ja eigentlich ja eine fortbildungseinrichtung selber gründen wie kommst du aus auf solche ideen ja ich denke das hat was damit zu tun dass ich immer mit menschen zu tun hatte die eigene fortbildungseinrichtungen hatten wo ich dann als übersetzer gearbeitet habe und die osteopathische seminare von englisch ins deutsch übersetzt habe und ich hatte immer mit organisation zu tun obwohl obwohl ich nicht dafür eingestellt war aber man hat ja immer so ein bisschen ausgehäufen hier und da und plötzlich war ich voll und ganz in der organisation involviert und habe das dann gemerkt eigentlich könnte ich das hier in oldenburg selber machen und zu dem zeitpunkt war ich dann mit martina jansen befreundet also heute immer noch und sie ist heilpraktikerin und dann habe ich gedacht ja es wäre schön wenn man das zu zweit machen würde wenn einer krank wird dann springt der andere ein und das hat sich auch sehr sehr gut bewährt und wir haben dann weil wir weil martina mit der volkshochschule schon zusammengearbeitet hat für den sektoralen heilpraktiker ausbildung hatten wir dann die volkshochschule oldenburg also die abteilung gesundheitsakademie dann den vorschlag gemacht dass wir eine fortbildungseinrichtung gründen für osteopathie und physiotherapie und dann haben wir das ganze um forum genannt also o für osteopathie m für manuelle therapie und also ein forum von beiden also ein forum für das wissen um forum punkt eu und die gesundheitsakademie steckte noch in den kinderstunden vor fünf jahren und war sehr erfreut darüber und wir haben uns angenähert ein paar kurse laufen lassen und das klappte wirklich so gut also die organisation ist hervorragend von der volkshochschule oldenburg die räume sind hervorragend das ganze ambiente da ist es sind wirklich ganz tolle räume da an an der karlstraße in der nähe vom zopp kann man wirklich nur empfehlen für für alles was man so lernen möchte und daraufhin hat dann der direktor gesagt okay da machen wir einen vertrag jetzt habe ich also einen vertrag mit dem direktor um forum und gesundheitsakademie arbeiten zusammen und wir haben bis zu vier fünf fortbildungen im jahr laufen also letztes wochenende war wieder eine fortbildung von einem bergier über manuelle therapie der rippengelenke auf englisch oder auf deutsch das ist dann auf deutsch das spricht deutsch und dann im frühjahr hatten wir jemand aus münchen da über faszientherapie und dann im dezember haben wir auch zwei weltbekannte dozenten also unser fokussierung war und ist und sollte auch bleiben weltbekannte dozenten nach oldenburg zu holen die sehr bekannt sehr gut sind und die osteopathische grundausbildung läuft dann an den schulen somit treten wir überhaupt nicht in konkurrenz zu den schulen ich arbeite auch an den anderen schulen als osteopath lehrer und das klappt sehr gut als symbiose als ergänzung da treten wir uns nicht auf die füße und es tut einfach oldenburg auch glaube ich ganz gut also ich gebe auch oldenburg was zurück oldenburg hat mir viel gegeben muss ich sagen und ich gebe auch gerne was zurück oldenburg versteht sich als gesundheitsstandort nicht also es gibt ja natürlich viel entwickelt ja ja und du trägst natürlich da eine eine großartige leistung eine großartige holle ja so sehe ich das auch man weiß ja nicht nie wo das hingeht also es kann sein dass die universität universitätsstadt dann auch vielleicht mal aus die partie als studium mit aufnimmt damit man ein bachelor oder ein master degree in osteopathie machen kann das ist alles möglich also das ist wissen vermitteln in dem kontext von osteopathie aber das ist ja nicht nur in dem kontext osteopathie wurde das machst nämlich auch mit dem fliegen ist das richtig ja ja da bin ich auch rein gerutscht in der unterrichtstätigkeit da bin ich ja gefragt worden ob ich was was habe ich morgen vor und plötzlich saß ich dann am nächsten tag im unterricht und wurde dann fluglehrer nach anderthalb bis zwei jahren hat das gedauert mit allem drum dran dann bin ich fluglehrer geworden und habe viele jahre jetzt fast 30 jahre als fluglehrer gearbeitet das ist recht lange und ja dann fluglehrer jetzt zum flugprüfer wie ist das zustande gekommen ja zunächst einmal bin ich vor 13 jahren prüfer geworden für die englische sprache für piloten beim luftfahrt bundesamt und da habe ich also sehr sehr viel prüfer erfahrung gelernt und umsetzen können also da muss man schon also feinfühlig sein und die probanden nicht unter druck setzen dass das alles nach einem gewissen fairen schema abläuft eine gute atmosphäre schaffen da habe ich also viel gelernt wie man prüfer als prüfer tätig ist und dann bin ich gefragt worden ob ich prüfer für das fliegen werden möchte also für die praktische seite und das hat mich auch sehr interessiert und habe auch sofort ja gesagt wieder mal und dann saß ich beim luftfahrt bundesamt in einem seminar um prüfer zu werden und da muss ich dann also eine theoretische prüfung ablegen und danach zwei simulierte prüfer tätigkeiten und danach noch eine abschlussprüfung mit einem lba sachverständigen das scheint ziemlich aufwendig zu sein ja das ist auch sehr aufwendig also von den inhalten ist schon sehr umfangreich aber ich habe sofort ja gesagt und was wenn ich ja sage dann meine ich ja dann machst du dass das ja genau das hat mich dann auch gereizt dass dann auch dann zügig durchzuziehen da war ich innerhalb von drei monaten war ich dann prüfer für das luftfahrt bundesamt und danach bin ich gefragt worden ob ich hin hatten flug lehrer für lehrer werden möchte also jetzt unterrichtig fluglehrer so eine art teacher trainer auf gut englisch gesagt ja genau ja und ja gut weil ich 30 jahre schon unterrichte muss ich mich da auch gar nicht darauf vorbereiten ich muss einfach nur erzählen was was man da zu machen hat und die inhalte die sind einfach da und das ist sehr erfahrungsbasiert nicht also die ganze erfahrung die du gesammelt hast als masse und du kannst dann schätze mal alle möglichen fragen beantworten also hast du jener frage gekriegt wobei du gedacht hast das weiß ich nicht in dem ja klar also man bekommt immer mal eine frage wo man denkt oh gott habe ich das jetzt vergessen aber gott sei dank weiß ich das meiste weiß ich aber ich will nicht sagen dass ich alles weiß das wäre ja gelogen das ist so vielfältig gibt es ja andere berufe die du machst von denen wir nicht gehört haben also wie gesagt osteopathie physiotherapie fliegen prüfer lehrer lehrer für lehrer teacher trainer ich bin jetzt seit kurzen prüfer geworden für die niedersächsische landesluftbehörde das finde ich natürlich genial also dass das mache ich sehr sehr gerne und bin auch sehr dankbar dass ich in diese position gerutscht bin das macht mir sehr sehr viel spaß und ich weiß dass auch eine ehrenvolle aufgabe ist und das schätze ich auch sehr und bin da sehr korrekt aber bin nicht überstrengen also bist du nicht nein nein wenn jemanden fliegen kann dann kann er fliegen die sollte doch im deutschen sagt man muss auch mal bitte putze bei der fische lassen also wenn jemand was kann also bei der prüfung ist auch jeder mal aufgeregt und dann muss man einfach mal so da durchgucken und sehen naja aber der kann das schon im sinne von der kann das schon wir hörten von von vielen seiten aus der politik aus der zivilgesellschaft von von integration also wenn wenn man überlegt du bist ja vor 45 jahren hier in oldenburg ohne sprachkenntnisse angekommen und 45 jahre später du hast das alles gemacht was du uns in den letzten drei sendungen gesagt hast was würdest du anderen sagen die genauso sind also wie bei dir das der fall war vor 45 jahren also hier ohne kontakte ohne sprachkenntnisse ohne einen richtigen schulabschluss was würdest du denen empfehlen ja ich hatte sehr sehr gute gespräche mit dem sozialpädagogen herrn teuerkopf vom von dem damaligen arbeitsamt an der osterstraße also habe ich so einen guten background wie man mit solchen gesprächen beginnt und durch das was ich erfahren habe in deutschland weiß ich dass es eine menge institutionen gibt und menschen gibt gerade in der sozialpädagogik die da sind um ein zu unterstützen und die das auch wirklich auch aufrichtig meinen und aufrichtig umsetzen es gibt hier sehr sehr viele möglichkeiten und ich würde demjenigen sagen hör genau zu mach dir notizen versuche herauszufinden wo deine interessen und deine stärken stecken und geh damit voll gast drauf zu und lerne und nicht zu viel ablenkung ein bisschen ablenkung ist vielleicht ganz gesund aber trotzdem fokussiert am ball bleiben und nichts ist unmöglich also jemand der aus einem kriegsgebiet aus syrien kommt mit absolut keine ausbildung und vielleicht auch keine angehörigen mehr weil alles zerbombt wurde und kommt ganz alleine als kleinkind hierher der könnte sogar chefarzt in einem krankenhaus werden meinst du das das ist alles möglich das ist alles möglich mit der mit eine vernünftige unterstützung also die regierung und die regierung und alle menschen die zusammenarbeiten in der sozialintegration sind da und wenn dieser mensch dann auch alles aufsaugt wie ein schwamm und auch willig ist und alle arbeiten gut zusammen und die glückliche fügung kommt noch hinzu dann könnte das alles möglich sein alle türen sind geöffnet wie betrachtest du die heutige lager also du hast von südischen flüchtlingen also es gibt ja viele einwanderer nicht nur aus syrien sondern aus osteuropa also in olenburg haben wir zum beispiel viele leute die aus der aus der türkei aus dem erdach aus aus russland aus kazakhstan kommen wie betrachtest du diese dass das phänomen einwanderung und angekommen zu sein also die schwierigkeit die ich da sehe ist die überwältigung der sozial kompetenzen wir haben eine ein flut von menschen die einsortiert werden müssen die geholfen werden müssen erste hilfe also nicht im sinne von medizinische erste hilfe sondern unterstützung essen trinken kleidung unterbringung versorgung ja versorgung und dann kommt als nächstes dann die bildung also ich höre immer wieder aus den medien wir haben zu wenig lehrer wir haben auch vielleicht zu wenig sozialpädagogen oder wir haben zu viele einwanderer das müssen schlaue leute dann analysieren und ja das wird kein einfaches unterfangen sein weil wir im moment doch ziemlich viel einwanderer haben das kann schon mal schwierig werden in dem kontext hat sich oldenburg geändert über die jahre also das gesicht der stadt oldenburg vor allem nicht nur eine einwanderungswelle sondern an sich das bild oldenburg für dich persönlich in den letzten 45 jahren ja also ich als ich hierher kam waren waren hier sehr sehr wenig ausländer also ganz wenig griechen ganz wenig türken wir waren nur drei engländer es es wäre alles ruhiger und die sind drei engländer also und ja wie hat sich das geändert oder ja es ist die einwander die einwohnerzahl hat sich drastisch erhöht dann die zuwanderung von außen kommt noch hinzu dann die ausbreitung oder die 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 der universität karl von otznetsky jetzt zur medizinischen fakultät das bringt noch mehr menschen hier nach oldenburg insgesamt brauchen wir mehr wohnraum aber das sehen wir ja überall dass mehr gebaut werden die zinsen sind ja auf dem nullpunkt also dafür sind die baupreise gestiegen also es ist sehr sehr viel sehr sehr viel dynamik in oldenburg es ist natürlich ganz anders als früher ja und du bist letztendlich oldenburger geworden oder würdest du sagen ich bin wahl oldenburger oder ich bin irgendwo in der mitte wenn du jetzt richtig guckst auf dein auf dein leben die 60 jahre die du die du hast und weiterhin du hast ja bestimmt viele jahre vor dir liegen also dass ich wahl oldenburger bin merke ich immer daran wenn ich dann in england bin bei meine schwester und drei tage sind mir dann vielleicht zu viel sage ich dann im kopf ich möchte gerne nach hause und damit meine ich oldenburg also oldenburg also als heimat ja ja ich fühle mich hier sehr wohl ich werde auch hier noch viele jahre bleiben und sehr wohl was was heißt das für dich persönlich also sich wohlfühlen an einem ort wohlfühlen hat auch was mit sicherheit zu tun also ich ich fühle mich hier voll und ganz angenommen ich weiß ich weiß wie wie alles läuft das bringt dann sicherheit ich weiß auch welche knöpfe ich drücken muss ich fühle mich einfach hier stabil und das hätte ich nicht wenn ich jetzt deutschland verlassen würde und wenn du in england geblieben wäre ich glaube nicht dass ich das alles geworden wäre also wieso denn nicht also landen war ja sehr verschlafen damals und gut wenn ich jetzt nach landen gegangen wäre wäre vielleicht mehr dynamik hinein gekommen aber hier ist es ja ein phänomen also wenn man engländer ist in oldenburg hat man schon ein paar bonuspunkte und das hat das hat für mich für mich so einige türen immer wieder geöffnet also zunächst einmal gespräche sind entstanden und durch die gespräche sind bekanntschaften freundschaften freundschaften und es haben sich türen geöffnet und daraus habe ich nun was gemacht das hätte ich in england nicht gehabt das hätte ich nicht gehabt also ich glaube durch das deutsche system der unterstützung und die ausbildung für erwachsene also das ist hier doch ziemlich gut also sehr gut also um das ganze abzurunden ray 60 jahre was würdest du sagen was ist dein lebensmotto ja immer fleißig sein und immer am ball bleiben nicht aufgeben und treu zu sich selbst bleiben ja immer hier im hier und jetzt sein und nicht gestern und morgen und fokussiert bleiben das war es dankeschön für die die zeit zusammen das hat mich vollkommen ich bin vollkommen begeistert alles was du nicht nur sagst sondern alles was du geleistet hast herzlichen dank herzlichen dank zum sechzigsten ja das war es liebe zuschauer es hat mir richtig spaß gemacht diese sendung zu moderieren rays leben zu präsentieren 60 jahre lang das hier natürlich in olenburg sehr bekannt für alle möglichen sachen man könnte wohl sagen der ist richtig legende wir wünschen ihnen alles gute tschüss und auf wiedersehen die leiser